Hallo, eine grobe Erklärung zum Thema, was ist ein zellulärer Automat im Bereich der Modellierung und Simulation. Ein gutes Beispiel für einen zellulären Automat ist das hier. Mensch, ärgere dich nicht. Es gibt verschiedene Figuren, die können sich bewegen. Wir haben in dem Fall vier rote, vier schwarze, vier gelbe und vier grüne Figuren. Und wir haben hier verschiedene Felder. Wir wissen auch, auf jedem Feld kann nur eine Figur stehen. Und wir wissen auch, zum Beispiel eine rote Figur kann zwar hier stehen, eine rote Figur kann aber nicht hier stehen. Kann also nicht zwischen zwei Feldern stehen. Oder man könnte auch sagen, zwischen zwei Zellen stehen. Weil was hier als zellulär bezeichnet wird, könnte man vielleicht auch als Feldautomat bezeichnen, weil es um Felder geht. Aber in der Informatik nennt man das dann Zellen und deswegen heißt es zellulärer Automat. So, jetzt gibt es verschiedene Regeln, wie sich diese Figuren alle bewegen können. Und darüber macht der zellulärer Automat erstmal keine Angaben. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Da gibt es zum Beispiel die Regel 184 oder das Fukui-Ishibashi-Modell. Oder das Nagelschreckenberg-Modell. Und das war es auch eigentlich schon. Aber nochmal am Ende zur Anmerkung. In der Regel wird, wenn man das jetzt sich draußen anguckt oder in Büchern anguckt, dann wird der zelluläre Automat meistens so dargestellt und nicht wie so ein Mensch ärgerlich nicht fällt. Und dann stellt man sich einfach Figuren hier drin vor. Das sind dann zum Beispiel könnten das Autos sein, die sich bewegen. Und meistens ist es auch sogar so, dass wenn man hier angekommen ist und ein Feld weitergeht, dann landet man wieder hier. Also das ist, wie sie häufig in Büchern oder im Internet dargestellt werden. Und dann wird das Autos sein, die sich bewegen.